ja und herzlich willkommen hallo rex schön dass du da bist das ging hier streicheln ist halt ein großer hund guck mal hier ist glaube ich 21 uhr sitzen die sind ja noch da eigentlich doch feierabend oder hier sind infos über 21 der schüchterne student wenn kämpfe sticht mit seinem brillanten intellekt sogar am angesehenen m in cambridge heraus auf einladung von mathematik professor und statistik schließt er sich einen verschworenen grücken von kommilitonen für eine außergewöhnliche extra curriculare aktivität so ich wollte mal hier gucken finde ich für genau hier auswählen ob wir hier schon irgendwas machen können ja guck mal hier sieht doch schon viel schöner aus erforderlich level 7 ok ok dann kann man da noch nichts machen die tür level 8 und demnächst ok da wir sagen wir machen feierabend oder haben die jetzt länger auf die mitarbeiter sind danach komischerweise weiß nicht ob es jetzt am neustart liegt so kommt du mal mit wir gehen schlafen ja hier wohnen und schlafen dann geht es weiter morgens dann holen wir erst mal noch mal getränke hat da haben wir noch irgendwas inventar da war ich genug hundefutter können wir einmal holen und toast vielleicht nicht genug geld stimmt das war ja gestern auch das problem als wir los wollten erst noch ein bisschen geld wieder verdienen hier mache ich schon auf guten tag so wird das ist sehr schön standard ja muss jetzt raus und beim rex guck mal hier die trainieren da alle so geht es hier durch sauber ist er nicht da doch der ist da da ist er das läuft das ist schon schön wenn wir sieben sollten oder heute schaffen oder steht das entwicklung sehr gut vitamin hat die nach tosten er hat keine tosten schade aber wir können holen wir haben geld so alles gekauft haben wir unterfutter noch später brauchen ok füllen wir einmal die tosten so aber hier bin da gibt natürlich zu schreiben stelle ich genau davor das hilft mir ich kann es auch jemanden geben oder noch eine kommt mit dem das ist dann mal zu dann macht du mal hier jetzt die laufen alles schön ob die fahrräder sind und die alten so schön tag noch So, Vip sogar, ok. Vip, kriegen wir ihn. Ist jemand? Ah, morgen ist schon so viel los hier, ne? Was ist los, Jung? Gebellt und legt sich hin. So, langsam kommt das Geld rein, ne? Gucken wir mal nach den Fahrrädern, dass wir da die besseren kriegen. Hopp. Genau, die 1, 2, 3, 4. Die weißen sind das. So, 1. So, nochmal auswählen. 2. Ach, vielleicht kriegen wir hier sogar dann... So. Ah, da steht jemand. So, guten Tag. Mitregeklasse, gucken wir hin. Nehmen wir das noch weg. Das müssten wir noch eins haben, glaube ich, ne? Komm, bitte auswählen. Ne, war das noch? Ey, könnte man noch zwei hinkriegen. Finanziell auch, ne? Finanziell nicht ganz. Routergeräte, ja, eigentlich müssen die da bleiben. 100% haben wir oben noch. Wir müssen jetzt einfach noch leveln, also Punkte kriegen. Jetzt müssen wir hier... Jetzt müssen wir noch zwei davon hinkriegen, zwei Fahrräder. Stopp. Äh, die Dinger müssen wir auch austauschen. Ah, I ist Inventar, okay. Was ich noch nicht weiß, wie ich die loswerde, die Sachen, die ich nicht mehr haben möchte im Inventar. So, jetzt haben wir hier einige Fahrräder. Stimmt hier bei mir an. Niedrige Klasse, okay. Bü, jo. Nette Rock. Mal gucken. Da gibt es nichts, ne? Ne, muss es noch irgendwas sein, ne? Ach so, da? Ah, da kommt er. Zum Hauptmenü Shop. Ich würde gerne die. Das hier, ne? Das ist auch neu. Lastzugmaschine, oder? Das ist eine Handelbank, ja. Das ist dieses Ding hier hinten, oder? Ja, genau. Eins, zwei. Zwei kann man schon ersetzen. So, I, ne? Ja, was ist damit? So, dann gehen wir hier runter. Irgendwo da ist das, ja. Und dann haben wir die schon mal. Der steht doch bestimmt für mich da. Und dann stellen die sich nicht mehr hier vorne an. Können wir noch einmal kaufen. I, zack, 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 wo ist es? Level 7. Boxclub freigestellt, du findest ihn in der Kneipe. So, jetzt kann man verkaufsautomatisch, ah, jetzt ist da aber was los, ja. Und kleine Dekoration, Fliesen, Farbe, Extraster, 3000, ja, das stellen wir dann auf. So, dann kann man drei Stück. Warum sitzt der da in Kleidung drauf bei uns, zieht der sich nicht um. Guten Tag. Wir haben noch zwei davon, oder? 3000. 121, zwei, dann haben wir davon noch ein paar hier stehen. So, dann haben wir da Handel, also die Handelbänke. So, dann sollten wir als nächstes, wenn wir noch jemand einstellen hier. Ähm, naja, wir gucken erstmal hier für das Studio. Das ging doch jetzt, ne? Äh, wir finden noch Geld. Einer muss noch nach Hause gehen. Geht gerade keiner, ne? Du musst schon wieder weg, ne? Nachfüllen. Da kommt wieder jemand, okay. Hm, Standard. Dann können wir jetzt reingehen. Dann machen wir erstmal hier. Und jetzt sagen, Fitnessstudio, Rezeption und kaufen. Das war eine etwas schönere Rezeption zumindest. Mal gucken, was es hier für Handelbänke gibt. Ähm. 2000, okay. Ne, noch nicht. Jetzt haben wir es so. Was ist Denial? Okay. Läuft auf jeden Fall. Wie geht's bei dir aus? So. Guten Tag. Einmal VIP. Einmal VIP. Dann können wir noch zweimal holen davon. Von den Handelbänken. Und den. Machen wir hier einmal Xen. rồi. So. Nimm mal die erstmal weg. Läuft. In der Kneipe finden. Wo ist denn die Kneipe? Ah, da hinten. Gegenüber vom Haus, ok. So. Das ist auch noch ein Standard. Wip. Die Bank. Jetzt. Naja, erstmal nicht. So. Warum warst du nicht zufrieden? Ja, das war die Folge für heute. Wir haben wieder richtig viel Umsatz gemacht. Richtig viel erneuert. Mal sehen, wie es weitergeht. Von Geräten haben wir jetzt schon sehr gute. Die Mitarbeiter halten alles hier fit. Das heißt, dass wir immer aufpassen müssen, ist halt wirklich hier Toast. Was wir das auch mitnehmen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.